hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge und zwar erstens noch bei der der bachverliebente gamer ja moin gerade so ist das fleißig am heu machen und du so also der schon erwiesen als gemäht hallo ich glaube nicht nein okay es ist so eine probleme so so mensch es war so gut dann sollte die zackmaschine schon runterladen ja wenn ich mal fortschritt so Leute der erste Düngerstoff ist natürlich schon drauf gekommen ja jetzt haben wir richtig schön viel Heu jetzt haben wir schon reichen dann hoffentlich oh hier sehe ich das schon Leute wir haben mehr Geld hm wir haben mehr Geld hier haha ich oh hm hm verstehst du den Gag nö ich hab jetzt zum Beispiel mehr Geld hier als auf der Schattenbach und ja hm egal hast es mal einfach nicht verstanden ja schon nicht deine Gags müssen halt verstehen weil die ehemals nur schlecht sind ja ja ich wollte natürlich nicht die Straße mit Sojabohnen ansehen nein von wo auch weg Alter was denkt ihr denn von mir Alter was denkt ihr denn von mir Alter äh Junge was 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 war denn da los Alter ein lecktes Jahrhundert Junge äh gar nichts ich war einfach nur beleppert he 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 bei mir war gerade so ein aber nur gerade einer aber so ein uah so ein richtig ekliger kennst du die ekligen die richtig ekligen ja ja aber meistens kommt dann der Lake wo du am wenigsten brauchst ja das ist noch so die andere Geschichte weißt du auch weil hm kann ich das sagen ja wir haben vor der Folge der Stadtmacher aufgenommen und dann mach ich ja äh äh Ballen he 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 und ich bin ich bin gerade mit meinem Lader halt Richtung den Ballen gefahren und dann auf einmal standbild ich sag dir nein bitte fahr jetzt nicht in den Haufen rein nein 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 und dann kurz am Schluss stand er noch vor allem dann 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 weiß es nicht was ich da noch gemacht hätte ja wir müssen unbedingt äh da auch erreicht haben unser main äh neues Projekt Leute es ist halt wirklich wie es ist ein sehr geiles Projekt auch wo ich sehr hart feiere wo ich sehr hart feiere was ist denn mir Klee Sache es war schon auch ah ich kann jetzt äh alle Öle beim Schandier tauschen weil irgendwie hängt ein Schandierkommel in der Luft ja dann passt es ja Pst scheiße warte warte einfach mit User left your channel User join your channel He Ja moin Hehehehe moin äh das ist sehr ein wunderschöne Funktion wie ich finde sie mal bekommt man schon jeder war aus zu einer ganz nette funktion leute macht man nur freude die funktion ist wo steht denn mein kleiner fände verloren alter meine neueste errungenschaft ist ja der warum mache ich denn da nicht weiter wo ich war meine neueste errungenschaft ist ja der radlader und stammt neu gekauft hier das sieht doch aus als ganz neu wäre igelnagelneu was hast du denn ja wunderbar ist mal wieder da wenn man vorwärts fährt einfach rückwärts fährt ja man macht natürlich auch den mutter aus wenn man was anhängen geht und dann wieder einsteigen ja gut sparen auf jeden fall so war die stappenbach eier genau die stappenbach muss da rückwärts in die halle rein ist auch ganz so ist das alles geplant ist auch ganz so ist das alles geplant ach kommen junge ich hasse die scheißhalle hier bist du klein junge weil ich nehme auch die kleinste einfahrt mit der satmaschine ich weiß auch nicht warum mache ich denn das auch immer wieder aufs neun und jetzt guckt die hat die zu verfahren so aber drin ist die leute das gehen halt wieder skills an den fahrer jungen er sitze ist für dich bei eier bach und stappenbach ist ja fast genau das gleiche projekt aber es macht unterschiedlich spaß es ist macht ein anderes projekt eigentlich es ist komplett anders obwohl es keinen großen unterschied gibt eigentlich wir sind aufgetrennen höfen ist gleich ich sage das ist eigentlich das gleiche echt krass eigentlich ja es ist schon wirklich ja aber das ist halt so wenn hätten wir leute wenn hätten wir die stappenbach gleich gemacht so wie hier auch ohne rp oder so ich glaube nicht dass es hätte uns die elebach noch lange freude bei jesen ich glaube es einfach nicht weil sonst wäre es jetzt genau das gleiche projekt gewesen immer oh junge ja fahrerskills sind da mit dem also leute 10.000 liter schaufel hätte er ohne lange schnacken gepackt die 4000 liter ist da was drin er kann es aber noch kaufen mann warum da ist es nicht der ist schlau drauf wir können jetzt mal hier kurz ein bisserl ja ich wissen was ist das problem hier leute wir haben immer noch keinen futterwitzschlagen aber wie denn auch du bist du bist doch hier reich nur 30k ja mehr will ich ja so bei 5 ja kampang spielen ja zinsen für 30 ne für 40 prozent so ungefähr das ist doch gute gute marken ja marken ok ja ja leute äh ihr müsst ja unbedingt mal reinschauen äh bei australien war äh vor kurzem auf der stappenbach schon der bänker fahrs mal weg jetzt sagt er nicht mehr jetzt sagt er nicht mehr aaaah aaaah er soll wow du kannst halt in die wunde alter ja ja und hast du was dagegen da ist die tür ach ja warte mal kurz error channel switched channel switched ist mir viel besser ich war schon ruhig warte mal warte mal bevor du eine große klappe hast moment mal kurz wir sind in meinem aufnahmechallengehen mal zu sein dann das ist ja nichts ist so komisch ach komm wo die die kenne einig das ist echt mal der helfer kanacken hier fertig ich glaube nicht nein flügel ist angesehnte feld scheiße alter den hast du schon gett das hat er auch gemacht weil scheiße alter ja das hat fällt auch schon mal angesehen das gleich wieder drüber ist so was hat er mit einem Lenkrader gemacht kannst du mir eine saadmaschine ausleihen für 2500 das mal ein schwarzer ausleihen für 8000 euro ich weiß dass du größer ein schwarzer hast wie ich das war halt der gag daran ja ich hab's schon verstanden ja du hast noch nie so genau was ne bummskarre hier alter jetzt mal real du kannst wirklich äh wenn du möchtest kurz meine saadmaschine ausleihen ne ne ich will ja 8000 euro zahlen was stecken ne du kannst krass das fahrzeug mein ps wird du also so land es geht natürlich in die ps leute ihr habt schon wieder rausgerissen mann wer hat ihn schon dir so mit auf der straße gemacht dass ich dann dass wir langkomme ja hier ist eine hohe Bratzahl ja ich kann nur einer gewesen sein ja du mal helfer hier ja 500 liter milch wow ich hab viele milch bist du reich was jetzt bist du reich gell ja ja auf jeden Fall ach man ein fetter der 15 liter sprit alter muss wieder silage machen Leute das kann doch nicht sein alter Alter ich brauche silage ich brauche heu ich brauche grad weißt du was brauche ich denn noch also eigentlich ist es anders zu wenig meine unterhose was die brauchst du auch ja auf jeden Fall dass du die anziehen würdest so oh mann alter du hast hier die nächste tankstelle Leute wir sollten mehr über solche sachen also es wäre schon mehr angebracht über solche sachen zu reden in der stadt macht weil die kommt um 16 hoch der hauen erst 12 ja ja und wenigstens 16 also eine stunde vergeht bis zwei stunden vergeht bis jemand sich anguckt das ist schon 18 ja Schöner so soll man es sein zu 20 Uhr ja eh sagt noch so stunden zu sein und zu so und dann darfst du sprechen was möchtest wird ja aber dort aufnahmetag nur zwei da ich versuche holen ähm moin ja so ein verhalten muss man dulden Leute genau so ein ja ja was denn ich pflege mich um die Nachbarschaft ich sage schon mal hallo ja ganz genau ja was denn wie der gute Nachbar sagt mir ist es einmal am Sonntag hallo ja 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 das wollte ich mal rollen drüber zum Kaffee trinken aber nein ja jetzt gehe ich da so ein Geizheitsbacken ich mal Kuchen mach noch ein paar Kaffee oh ja weißt du was ich pack nächstes Mal Kuchen da da ah cool ich bin ein Appelkuchen oder Käsekuchen äh da kommt so ein Bratkartoffel über auch Bratkartoffeln ich bin aber auch gut äh ne verbraten Bratkartoffeln so verbraten Bratkartoffeln okay das passt doch auch dann brate ich dir mal eine so äh so im Tanksteller hier ja hat er ja ach ach der Grafstock ok kurz bevor äh wir hier äh kurz bevor du äh ja was machst hier ich möchte nur kurz mal kurz drauf eingehen auf irgendetwas ähm Leute wir spielen ja beide äh ich und Ossi äh auf Cam auf Stream im Stream ja auf Stream ja wir streamen drum nie nein 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 machen wir nicht ne 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 so was machen wir nicht so wir spielen drum alles äh Leute wir spielen wirklich viele Spiele und wir spielen wirklich eins von den meisten Spielen wo wir Off Cam ähm spielen äh das ist aber wir haben nie ne Cam an jaaa junge du kannst ja nicht dessen was du möchtest Sala ja komm und ich verlange bald und aufgeräumt ihr kosten so ähm wie sie ist was auch immer Prozent Leute wir spielen ich wollte die ganze Zeit zu machen 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 was gar nicht so Leute erhält sich schon nur ganz einfach auf muss arbeiten okay so ist das die Geschichte dass wir viel auf jeden Fall Off Off Cam Off der Aufnahme Off Stream Off Off da Off da ja auf jeden Fall äh spielen wir extrem viel Fortnite lass jetzt nicht nein sagen Momentan nicht mehr allzu viel aber äh Momentan nicht allzu viel weil äh es liegt meistens an mir Leute einfach verändert Leute einfach verändert Leute ja du ist nicht verändert das stimmt ja das sag ich ja einfach verändert was 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 das ist halt so ähm wenn es so ein heißer Tag ist dann äh kann es mir nicht verkneifen dann muss ich darf ich schon nee ich darf es noch nicht sagen nee darfst du nein du darfst nicht ins Schwimmbad gehen ja ja wunderbar den Schwimmbad natürlich den Schwimmbad also nee ich darf es noch nicht sagen auf jeden Fall zu einer äh zu ein paar Freunden zum Beispiel zu einer Freundin zum Beispiel ähm ja auf keinen Fall Teaser benutzen ähm ja auf jeden Fall äh Leute äh wenn es so heißt ah scheiße ja Ehefrau auf jeden Fall hab ich natürlich du solltest doch verricken wenn du weißt was ich meine ähm so Leute nee natürlich hab ich noch äh äh ja ist keine Freundin am Start Leute äh auf jeden Fall meine ich natürlich zu Freunden oder so äh und hab halt wirklich viel zu tun auf äh mal kurz auf YouTube oder auf äh Spiele Master mit dem Maus rein äh Spiele Master also jetzt kommen ja die Wörter raus ey so und deshalb ja Leute und ja deshalb hab ich nicht so viel Zeit weil äh Leute es ist auch hitzig und Leute hinter dem also das könnt ihr sicherlich auch äh ausreichen kann das sicherlich auch bestätigen hinter dem Computer ist es noch heißer und ich glaube nicht das wollen wir äh äh 10 oder 15 Stunden auf TS hocken in der Hitze einfach sagen bei uns geht's aktuell in Deutschland können wir gerne machen übers Wochenende mal mal wieder so ein längerer Stream wie haben wir letztens vorletztes Wochenende gemacht vorletztes Wochenende ja vorletztes vorletztes Wochenende haben wir ein sechster Stream gemacht können wir gerne wieder planen Leute aber das ist so eine Sache das äh muss wirklich geplant werden weil so im Sommer ist es schwierig Leute für mich und sicherlich auch für Aussie und deshalb äh muss das geplant werden aber es kommt sicher wieder ein längerer Stream oder auch nur mal ein Stream so Leute und das wollte ich sagen und äh jetzt äh hat Aussie das Wort weil die Zeit ist äh wenig überzogen weiß ich Mann jetzt soll ich auch noch was dazu reden aber die Zeit nicht ne dann äh schmeiß dazu ne ne es wird zu lange dauern äh ich würde jetzt sagen das war's mit dem Video ich wünsche euch einen schönen Tag ich hoffe wir haben nächstes Mal von euch bei Schrauben wir gehen mal vorbei und genießt das Wetter und ja hau dann stark noch und tschau tschüss Leute